Hallo, mein Name ist Luca und meine Damen und Herren, diesen Satz habt ihr tatsächlich seit drei Wochen nicht gehört, weil ich so lange nichts mehr hochgeladen habe hier auf meinem YouTube-Kanal. Und in den letzten Tagen ist mir einfach, ehrlich gesagt, so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen. Die Decke auf den Kopf gefallen. Ich habe mir seit Silvester extrem viele Gedanken gemacht, sehr viel nachgedacht, sehr viel mich auch abgelenkt, mit Freunden unternommen. Und schlussendlich jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen realisiert, dass bei mir persönlich die Luft einfach so ein bisschen raus ist. Eigentlich wollte ich dieses Video hier auch schon viel früher hochladen, jedoch ist es mir ehrlich gesagt ziemlich schwer gefallen. Ja. Ihr merkt es auch jetzt, glaube ich, gerade, dass ich hier während der Aufnahme schon sehr am Schwitzen bin. Ach, willst du auch reden oder? Ich mache ein Video. Sorry, falls meine Augen auch ein bisschen rot sind, aber ich habe vorhin vor der Aufnahme auch krank geheult. So oder so will ich euch jetzt aber nicht noch weiter auf die Folter spannen. Ich will jetzt nicht noch länger um den heißen Brei rumreden. Ich habe auch hier keine Werbung auf dem Video drauf, das heißt, ich verdiene mit diesem Video nichts. Ich habe auch direkt die Bewertungen und die Kommentare alles deaktiviert, damit jetzt hier nicht wild Gerüchte gestreut werden, was genau hier irgendwie der Grund ist. Allerdings seht ihr es ja eh schon im Titel eingeblendet. Ich hänge tatsächlich meine Karriere an den Nagel. Bei eins. Denn ich höre auf mit YouTube. Livestreams, meine Damen und Herren. Die kamen nämlich sonst mal auf meinem Zweitkanal, Luke2. Allerdings werde ich die jetzt auf Twitch machen. Ihr findet einen Link unten in der Videobeschreibung eingeblendet. Twitch Laserluke heiße ich da. Ich bin tatsächlich auch gleich um 16 Uhr live mit Sandra. Sind wir auf so einer Bootsmesse für so superreiche Yachten und machen ein bisschen Schwachsinn. Also schaltet gerne ein. Allerdings mache ich dieses Video hier nicht nur, um Promo für meinen Twitch-Account zu machen und zu sagen, dass ich ab jetzt ziemlich viel Livestream werde, weil ich da irgendwie extrem Lust drauf habe. Und generell ist Social Media einfach dafür da, dass man das macht, worauf man Lust hat. Und das habe ich schon vor zwei Jahren gemacht, als ich plötzlich wieder mit Minecraft angefangen habe, wo niemand es gespielt hat. Ja, aktuell spielt irgendwie jeder Minecraft, ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe auf jeden Fall wieder richtig Bock durchzustarten nach meiner dreiwöchigen Pause hier. Es werden Daily Uploads kommen auf einen Zweitkanal mit Reactions, Games, etc. Es werden auch wieder fast Daily Uploads kommen auf meinem Hauptkanal hier mit Real-Life-Videos, mit Vlogs, mit Challenges, etc. pp. Und halt auch noch Livestreams auf Twitch. Ich bin, wie gesagt, jetzt gleich live um 16 Uhr. Schaltet gerne ein um 16 Uhr. Twitch.tv-Laserluke. Links unten in der Videobeschreibung. Ciao. So schnell werdet ihr mich nicht los. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.